Herzlich Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 4, der Kampagne. Wir machen weiter mit den Normanen und Erste Schlacht von Lincoln. Bedeutet wohl, dass es noch eine weitere Schlacht gab. Normandie, Frankreich. Nach Englands Sieg über Frankreich in der Schlacht von Brémül war die Normandie wieder in der Hand von König Heinrich. Doch ein Jahr später wendete sich sein Glück ins Gegenteil. 1120 starb sein Sohn und Erbe Wilhelm Äteling bei einem Schiffsunglück. Die Zukunft des Königreichs war in Gefahr. Die Anarchie. Ist das nicht auch ungefähr die Zeit, wo die Soll in der Erde spielt? Heinrich brauchte dringend einen neuen Erben. Da er keine lebenden, ehelichen Söhne mehr hatte, brach er mit der Tradition und wählte seine Tochter Mathilda. Heinrich ließ seine Barone schwören, Mathilda als Königin anzuerkennen. Doch als der König starb, brachen sie das Versprechen. England sollte nicht von einer Frau regiert werden. Mathildas Vetter Stefan ergriff die Gelegenheit und beanspruchte den Thron. Die Geschichte kenne ich. Die Krise erreichte die Hauptstadt. In der Westminster Abbey wurde Stefan zum König gekrönt. Doch Mathilda wollte, was ihr zustand. Sie versammelte mächtige Unterstützer, die für ihren Anspruch in den Krieg ziehen würden. Ihr Konflikt ließ England im Bürgerkrieg versinken. Kämpfe wüteten im ganzen Land. 1141 konzentrierte sich alles auf eine der strategisch wichtigsten Städte im Königreich. Lincoln. Lincoln Castle, England. Mathildas Verbündete hatten die Festung eingenommen. Doch König Stefan war entschlossen, sie zurückzugewinnen. Er belagerte die Burg und es entstand eine Patz-Situation. In der Morgendämmerung des 2. Februar sollte sich alles ändern. Mathildas Halbbruder Robert von Gloster eilte herbei, um die Belagerung zu brechen. Als Roberts Kräfte sich näherten, wandte sich Stefans Armee von der Burg ab und stellte sich ihnen entgegen. Robert könnte für Mathilda die Krone erobern, sollte seine Armee an diesem Tag siegreich sein. Die Schlacht von Lincoln. 1141. Ja, Robert von Gloster. Ja, in die Säulen der Erde wird diese Geschichte mit aufgegriffen. Zwar geht es hauptsächlich um den Bau einer Kathedrale, aber nebensächlich geht es eben um die historischen Hintergründe. Die erste Schlacht von Lincoln. Die Burg von Lincoln wurde belagert. In ihrem Inneren warteten die treuen Truppen Kaiserin Mathildas auf die Rettung durch ihren Halbbruder Robert von Gloster. Doch um die Belagerung zu durchbrechen, würde Robert den König gefangen nehmen müssen. Wieso steht hier eigentlich Kaiserin Mathilda? Wieso nicht Königin Mathilda? Wieso Kaiserin? Das verwirrt mich etwas. Ja, ich finde die Säulen der Erde ist das sehr schön dargestellt. Mit Stefan und Mathilda und allem was dazu gehört. Gut, auf geht's. Link. Lincoln Child. Robert von Glosters Truppen näherten sich Lincoln. Ihre Aufgabe, die Burg von der Belagerung durch König Stefan zu befreien. Während Kaiserin Mathildas treue Truppen versuchten, von Innenstand zu halten. Okay. Zunächst legten Roberts Truppen einen Hinterhalt, um feindliche Verstärkung davon abzuhalten, die Armee König Stefans zu unterstützen. Ja, ja, alles klar. Ich verfehle es. Ich verfehle es, Aljata. Ähm, so. Bewegen Sie alle Einheiten in einen Hinterhalt in die Waldtarnung. Befehlen Sie allen Einheiten, die Position zu halten. Ah, okay. Warte mal. Die bringen wir mal noch ein bisschen besser. So, wo ist jetzt die Haltenposition? Ich glaube, das ist eine ganz gute Stellung. Ich glaube, es sind noch ein paar Speer. Halten. Halten. Okay, der Hinterhalt ist bereit. Robertsmannen versteckten sich in einem geschützten Wäldchen und lauerten dort auf den Feind. So, eliminieren sie die feindliche Verstärkung. Okay. Ah, der Hinterhalt gefällt mir, die erste Kolonne. Ich würde sagen, wir warten wirklich jetzt erst ein bisschen, bis die hier auch bis zur Mitte reinfahren, dass wir dann voll rein können. So, da kommen sie. Die sehen uns doch hoffentlich in dem Wald auch nicht. Ah, Bogenschützen kann ich leicht erledigen mit Waffenknechten. Wartet. Ihr wartet. 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 Und Angriff. Boah, das ist endlich mal ein Hinterhalt par excellence. Das ist mal ein Hinterhalt par excellence. Sehr schön. Und zurück in die Hinterhaltposition, bitte. Robert besiegte die erste Kolonne von Stephans Verstärkungen, aber er wusste, dass noch mehr auf dem Weg waren. So, zweite Kolonne kommt. Ah ja, wir sind jetzt schon ein bisschen angeschlagen. Wir sollten, glaube ich, auch die mal noch mitnutzen, wenn es soweit ist. Unsere Speer gegen Langbuch... Ach, lol, die kommen jetzt von rechts, hier oder was? Aber laufen... Ähm... Ach, dann hätte ich da hinten einen Hinterhalt machen dürfen, oder was? Hm. Nein, weg da. Wir dürfen nicht gesehen werden. Shit, 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 wir wurden gesehen, oder? Wurden wir gesehen? Es wirkt so. Einen Speer will ich retten. So, falls sehen wir den Rücken hier. So, die den Rest hier... Schau mal, der hat mit zwei Lebenspunkten überlebt, der Speer. Nichtgefäckchen! In dem er weitere Verstärkungen von Stephan eliminierte, konnte Robert die Belagerung fortwährend schwächen. Sehr gut. Die letzte Kolonne, die kommt von ganz da unten. Und wo läuft die entlang? Gehen wir mal da nach rechts rüber. Schnell, weil die kommen hier gleich. Kommen die jetzt hier... Ja, okay, die kommen von da unten dann. Ich obeide dein Heß. Ich obeide dein Heß. Ich obeide dein Heß. Ich lege das jetzt einfach an. Ah, das war ein Missglück. Nein, das war ein Missglück. Ich habe so einen Missglück gemacht. Ah, das ist halt jetzt richtig ärgerlich, einfach, wenn man wegen dem Missglück eventuell dann verliert. Die fehlen hier sogar alles im Missglück. Eieieiei, das war jetzt echt ärgerlich, dieser Missglück. Da verlieren wir jetzt halt sauviel. Kann ich hier bitte mal in den Wald ein bisschen fliegen? So, wartet. Wartet. Okay, und jetzt aus dem Wald. Wir sind leider schon super angeschlagen. Wir haben kaum noch Armee übrig. Aber wir versuchen unser Bestes. Ich ziehe diesen Speer hier nochmal zurück. Das war jetzt halt echt ärgerlich. Dass wir jetzt kaum noch was übrig haben. Nein, nein, nein. Ich lebe die Verstärkung, oder? Naja, ich habe nichts mehr. Ah, zum Glück, da kommt der. Die Speer bringen nicht so viel. Die Versorgung, die Marktstadt, ah, okay. Das kriegen wir hin. Kriegen wir mal hier hin. Die Speer nehmen wir auch noch auf die drei mit. Ich habe halt jetzt leider schon einiges verloren. Zerstören Sie die feindliche Marktstadt. Okay, da kommen wir dann gleich mal aus dem Hinterhalt. Wenn es soweit ist. Ich sehe so wenig von der feindlichen Marktstadt. Ich würde hier erstmal mit Bogenschützen, glaube ich, vorwärts laufen. Der Rest kann ja dann noch kommen. Hannover. 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 Angriff, tuttet sie, tuttet sie alle vorwärts, schön mit den Speeren auch noch in die Vogenschütze mit rein. So, diese Markstadt wird uns gehören. Okay, jetzt vernichtet hier mal alles. Unsere Armee ist leider schon jetzt sehr geschwächt. Wie läuft eigentlich das hier in der Stadt, das Leben? Boah, ganz gemächlich. Hier sind ein paar eben Schützenstellungen. Von der Belagerung von allen Seiten. Hey, noch mehr Verstärkung. Eine große Gruppe von Rittern, die für Mathilda kämpften, traf in Lincoln ein, um Roberts Armee zu unterstützen. Der Adel, das ist natürlich sehr geil. Als die Mordstadt in Trümmern lag, begannen die Vorräte von König Stefan zu spinnen. Robert erhielt Nachricht davon, dass walisische Truppen unter Mathildas Banner unterwegs waren, um sich mit ihm zusammenzuschließen. Oh, sehr gut. Aber König Stefan ließ die Straßen nach Lincoln gut bewachen, sodass die Route selbst für die Zähnbaliser nicht ohne Risiko war. Ja, verstehe. Das sind Feinde. Müssen wir jetzt schnell sein, glaube ich. Nehme mal einen Speer schnell. Wo sind jetzt die Feinde? Hier sind die Feinde. Auf dem Weg nach Lincoln wurden Mathildas walisische Verbündete von den Soldaten des Königs überfallen. Ja, willkommen. Robertsmannen mussten den Walisern helfen, wenn sie beim Durchbrechen der Belagerung wiederum auf ihre Hilfe zählen wollten. Richtig. Wir helfen schon. Weg von den Speerkämpfern. Weg von den Speerkämpfern, bitte. Weg von den Speerkämpfern weg. Da kommt die weitere Verstärkung. Ah, ich habe ja hier noch welche übrig, verdammt. Die hatte ich gar nicht gesehen. Ja, sehr gut. Matthildas verbündete Truppen schlossen sich auf dem Weg nach Lincoln zusammen, um die Belagerung aufzuheben. Nice. Halt, wartet mal. Ich habe meine Rest nicht am Leben. So. Was erwartet uns jetzt hier auf der linken Seite? Hoffentlich keine Speerkämpfer, bitte. Erstmal noch nichts. Können wir nunfalls ein bisschen zurück reiten. Ich glaube, wir wollen es einfach nur zu den Roten, ne? Äh, hier, ein Lagerfeuer wäre auch mal nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür. Wir müssen da hoch. Oder, ne. Oder laufen jetzt nach links. Ne, wir wollen wohl da hoch. Dann gehen wir mal da hoch. Robert's Truppen entdeckten eine große Kompanie von Stephans Soldaten, die die Buchtore bewachten. Wenn sie Lincoln befreien wollten, mussten sie die Blockade durchbrechen und die Armee vernichten. Boah, Sperrkämpfer. War nicht geil. Diese Sperrkämpfer verfolgen mich leider. Ist nicht so geil. Und weg für uns Sperrkämpfer, bitte. Und weg für uns Sperrkämpfer, bitte. Zieh durch zurück. See Pan us out! Love us retten! Nigus! Still von den Pferden wegbleiben. So! So, im Rest wieder sterben. Und alle zu sichern. Man kommt mit unserer Armee ziemlich... ...Schwächer. Robert's Truppen zerstreuten die Armee des Königs, sodass die Tore der Burg unbewacht waren. Ja, ihr habt keine Ritter mehr. Ganz toll. Betreten uns die Linke nach. Jetzt müssen wir noch die Verteidigung dann übernehmen, oder was? Mit den paar Truppen. Oh je. So, das wird jetzt noch interessant. Robert's Mann entschlossen sich schließlich mit Lincolns Garnison zusammen. Sie konnten nun die Burg nutzen, um ihre Armee zu verstärken. Um die Belagerung aufzuheben, mussten sie die feindlichen Lager rund um die Burg zerstören. Eines nach dem andern. Kann ich denn hier irgendwo meine Dorfwohner, die ich produziere, hinschicken? Hinten, oder was? Gut. Du bist gut. Was braucht FBA? So. Warte mal, habe ich jetzt schon alles, was ich hier brauche? Ich habe hier einen Schießstand, ich habe eine Schmiede. Hier einen Schießstand. Wieso ist das alles so verteilt? Hier ist noch ein Schießstand. Ne, ich habe jetzt nicht Shift gedrückt, ne? So. Nein! Ah, verdammt, wartet mal. So. Okay, jetzt habe ich drei Stück auf der 2 hier, oder? Okay, die hier dürfen auf die Mauer drauf. Die kommen mal noch hierher. Dochwohner werden produziert, bitte. Ähm. Was können wir denn hier noch machen? Hier ist noch Gold. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ach, wir werden jetzt hier schon angegriffen. Okay, wir sollten mal kurz abspeichern an der Stelle, wo wir jetzt hier die Stadt zu haben. Wir haben jetzt hier noch ein paar, äh, verbündete Soldaten, die helfen. So. Wieder mal ein bisschen zurückziehen. Schau mal, ich schieße hier die schon ab. Der erhöhten Reichweite, nice. Gibt es hier schon Upgrades? Ja, ich brauche einfach mehr Gold. Ich brauche einfach viel mehr Gold. Lieber hier. Gleich mal die Bogenschützen upgraden, das ist sehr wichtig. Oh oh. Die haben Mangen. Die haben Mangen, nicht so geil. Und die wollen dann einen Rambock bauen. Also, erst möchte ich die Bogenschützen upgraden noch. Ich frage, ob ich noch ein Dorfzentrum bauen wollte. Ist doch viel. Perfekt, oder? Ah ne, mir fehlt, fehlt so ein bisschen Stein. Das ist nicht viel. Ich brauche mal ein paar Truppen noch. Auf den Mauern bitte. Und wir nehmen mal bitte einen Dorfbewohner hier. Der repariert mal alles. Äh, ja lol, die wollen auch die Mauern. Shit. Ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Komm, ihr seht mal mit Belagungstürmen, die man sonst nie sieht. Ist mir auch ganz spannend. So schließen sie mich jetzt leider ein bisschen ab. Was nicht so geil ist, aber wir bauen jetzt mal bitte schnell. Hier noch ein Dorfzentrum. Wir brauchen natürlich mehr Holz. Holz-Upgrade. Oh, da kommt sie schon wieder hier. So, ein paar Ambroschips dazu. Habe ich hier noch Kasernen übrig. Ich muss wahrscheinlich, habe ich hier so eine... Ah, das Arsenal habe ich sogar auch. Da brauche ich einfach mehr Gold. Alles wieder reparieren. Macht er das nacheinander, wenn ich Schiff gemacht habe? Ich glaube schon, ja. Sehr gut. Bauen wir uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen... in hohe hier auf. Hier habe ich ja auch noch viele Bogenschützen. Geht mal einfach hier hoch bitte. Perfekt. So, da ist noch Hamburg. Hier macht wieder ein bisschen... Probleme. So, ich wollte hier noch, äh... die Upgrades mir holen. Fernkampfschaden oder nachher Fernkampfrüstung bitte. So. Hamburg wurde soweit abgewehrt. Boah, der ist fast tot! Ich darf mich hier wieder reparieren bitte. Nee, das ist ein Sperrkämpfer. Wo war denn der Doff-Wohner? Hier einmal wieder reparieren. Ich darf hier einmal wieder reparieren. Die greifen aber auch hier durchgängig an. Äh, das hier brauchen wir noch. Mehr Truppen. Ich brauche auch noch mehr Schießstände. Ich brauche mal bitte hier noch mehr Schießstände. Mit genügend Schießständen sollte das eigentlich reichen. Okay, läuft soweit. Kann es gut noch planen. Arita, was braucht ihr? Seht, wenn sie arbeiten. Hier mal ein Nahrungs-Upgrade bitte. Ihr braucht schon Nahkämpfer, wenn man viele Bogenschützen haben kann, würde ich sagen. Oh ja, jetzt brauche ich nicht aber Nahkämpfer. Die wollen schon wieder in den Belagwärmsturm rein. Ich finde das auch nicht so toll. Stresset ihr, Yahweh-Männer! Auf den Belagwärmsturm! Ich brauche diese Mangel bitte einmal schnell noch zu spüren, weil die macht mich grad auch Gedanken. So, Armbruchschützen und Bogenschützen, so als gute Mischung bitte. Ja, ich meine ein paar Waffenknechte könnten auch nicht schaden. Auf den Mauern. Auf der Mauer, auf der Lauer. Hier gibt's auf jeden Fall sehr viele Tiere. Ach ne, das reicht doch alles so. Äh, ich hab schon sehr viel Holz. Gehen wir mal hier noch aufs Gold. Präparieren wir mal. Jetzt hab ich gleich keine Ressource mehr. Ich hab ein bisschen zu viel Holz. Gehen wir mal hier noch eine Mühle hin. Wir brauchen mehr davon. Helfen wir mal bei der Mühle bitte mit. So, aber mir gefällt diese Mission, ehrlicherweise. Ich lass mal schnell den Rambock ab, bitte. So. Hab ich jetzt schon die wichtigen Upgrades, glaube ich. Türme, Bergfriede, könnt ihr ihnen das Öl runtergießen. Aber nicht so viele Türme. War noch irgendwas wichtig? Kann ich eigentlich ins vierte Zeitalter hier? Ne, kann ich nicht, okay. Schmiede wär noch interessant. Ach, ich kann ja hier auch noch Sachen bauen, warte mal. So, wir bauen jetzt hier ne schöne Armee auf. Ähm, Schmiede wollte ich noch gucken. Hier fehlt mir jetzt ein bisschen das Gold. Ist ja aber auch noch wichtig, dass ich schneller mehr Drücken bekomme. Gold, Gold, Gold. Arbeiten wir dran. Wir haben Gold. Wir haben aber nicht mehr so viel Gold. Na ja, Belagerungseinheiten. Ein paar Rücken könnten natürlich aufhelfen. Habe ich nur eine Belagerungswerkstatt? Ne, hier ist noch eine. Aber Gold, das wollte ich grad noch sparen, das Gold für das Schmiedeupgrade. Ich vergesse jedes Mal, wo die Schmiede ist. Hier ist die Schmiede, so. So, wir können jetzt bald mal einen Vorstoß hier runter wagen, glaube ich. Ich nehm jetzt mal alle Truppen hier drüben. Schau die mal drüber. Ah, die stecken hier leider ein bisschen alle fest. Das werden wir hier drüben schon wieder angegriffen. Aber da haben wir noch Truppen. Wir müssen hier noch ein Lager aufbauen. Ja, wir lenken die hier, glaube ich, auch lange genug ab. So, und die Mangel dürfte ich euch schon kümmern. Genau, hier sterben jetzt nämlich alle. Gucken wir hier vor aufs östliche Lager, bitte. Das war's für die Mangel. Jetzt kommen aber viele Mangel, das heißt, ich brauche es dringend drücken. So, östliches Lager wird eliminiert. Mit fast nur Bogenschützen. Weiter geht's ins nächste Lager. Matildas Truppen führten einen heftigen Angriff und zerstörten eine von König Stephans Belagerungsstellungen. So, weiter geht's. Ich brauche viel mehr Nahrung. Sitzst du die... Ach, ich schau mal, hier sind nur noch Wildschweine, Leute. Hier, die Wirtschaft läuft. Jawoll, unsere Truppenrücken immer weiter vorwärts. Die Rückenrücken auch schießen. Wir gehen jetzt mal volle Kanne in die Offensive mit allen Truppen, bitte. Alles da von den Mauern runter. Wir gehen in die Offensive. So. Dann hat Stefan gar keine Chance gegen uns, gegen Mathilda. Für die wahre Königin von England. Für Mathilda. Das nächste Lager gehört uns. Auf geht's zum letzten Lager. Vorwärts. Boah, schauen wir euch mal diese riesige Menge am Leben. Abowerns Reihen lichteten sich, als Mathildas Kämpfer eine weitere Belagerungsstellungen zerschlugen. Ab Bogenschützen erhalten noch was. Das muss ich nicht übersehen. Ne, sonst haben wir alles. Ja, hier wird alles zerschossen. Ich schaue euch mal diese Masse an. Bogenschütze einfach mal an. Jetzt geht mal ein bisschen zurück. Lockt sie mal so. Okay, Angriff. Ich glaube die Zeit. Angriff. Bauen wir eigentlich nur Bogenschützen, glaube ich, nach wie schon, oder? Wir können sogar die Lagerfeuer bauen, obwohl wir hier so voll anbreiten. Bringen die Fehler eigentlich noch ein bisschen was gegen Infanterie? Ich weiß jetzt gar nicht. Keine Ahnung. So. Wir haben gar keine Chance. Stefan wird besiegt durch uns. Und wer nicht gefallen war, ergriff die Flucht. Sehr gut. Deswegen ist sie die Belagerungsstreitmacht. Wir haben es geschafft. Da oben wurden wir, glaube ich, nur von dem Tier angegriffen. König Stefan wurde im Schutz seiner Männer gesichtet. Um die Belagerung zu beenden, mussten Mathildas Streitkräfte Stefan gefangen nehmen und seine Armee in die Flucht schlagen. Okay, das heißt, ich muss hier nochmal campen. Fassen Sie König Stefan. Dann werden wir unser Bestes geben. Oh, Mist, das sind Mangel. Da sind richtig schlimme Mangel dabei. Die werden uns zu zweitlich vernichten. Äh. Äh. Shit. Ich hab diese Mangel völlig verdrängt. Wo sind meine Rücken? Wo soll ich diese Mangel ausschalten, bitte? Ah, ich hätte schneller mit den Rücken schießen müssen. Jetzt ist leider meine Wirtschaft ein bisschen schlecht dabei. Jetzt muss ich mich da einmal kurz trunk fümmern. Weil jetzt ist leider uns Kami einmal völlig verzerstellt worden, nur durch solche Teile leider. Schade, deswegen müssen wir uns das schnell wieder aufbauen. Was ist denn hier irgendwo? Ach, die haben immer noch ne Mangel übrig. Nicht mehr lange. Meine Rute steht schon bereit. Die Rute zerstört diese Mangel gleich. So, Mangel ist zerstört, wir können jetzt gleich auf Stefan Jagd gehen. Oh Leute, ich hab mich aber auch ne Mangel selbst. Dann, Feuer frei. Wenn wir selbst schon Mangel haben, ist das auch nicht schlecht. So, die laufen vorne, machen den Schock glaube ich ganz gut. Bauen wir mal hier noch ne, was da hin? Noch ne Mühle. Das war also bitter, dass ich die Mangel zu spät einfach nur gesehen hab. Ein paar Sperrkämpfe gegen die Reiter. So. Kann ich die eigentlich ein bisschen locken? Ja. Ja. Kann ich locken. Von ihren Tod. So. Auf geht's. Mehr Truppen bitte. Und jetzt greifen wir nochmal an. Jetzt haben wir wieder eine gewisse Masse und sie haben keine Mangel mehr. Auf geht's. Auf geht's. Und jetzt brauchen wir wieder Truppen nach. So. Stefan ist der Letzte, der hier übrig ist. Wir haben ihn. Leute, wir haben ihn. Wir haben Stefan gefangen genommen. Sehr gut. Lagerfeuergeschichten. Endlich gelang es Mathildas Männern, König Stefan gefangen zu nehmen. Sehr schön. Mathildas Truppen hatten die Schlacht von Lincoln für sich entschieden. Doch der Kampf um die Krone war noch nicht vorbei. Perfekt, wir haben's geschafft. Hervorragend. Sieg. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die erste Schlacht bei Lincoln. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.